Boah, dies ist eine wundervolle Verschwörungstheorie, gell? Jetzt weiß ich nicht, was es nicht geben soll. Diese Striche oder der Inhalt oder... Also für wie dumm halten die uns wirklich? Für wie dumm halten die uns? So, das Video ist frei. Man kann natürlich meine blöde Stimme beseitigen. Mit einer wesentlich hochwertigeren Versehen. Ich habe nichts dagegen, gell? Na, Spaß beiseite, gell? Weil wichtig ist, was man da sieht, nicht was ich da sage. Weil ich glaube, dass alle sehen das, was ich sehe.